Ich brauch Fackeln. Ja, ich hab welche, aber... Du bist verschwunden. Bist du eher weit unten, oder...? Ich bin auf Höhe unserer Treppe. Wir haben tausend Treppen. Nein, der Höhe runter, wo die Lava ist, weißt du noch? Wo wir die letzte Treppe gemeinsam gebaut haben. Die zwei Stufenbreite. Hoch zu den Schienen. Da bin ich gerade. Ja, ich sehe dich. Hallo. Ich hab dich von unten gesehen, deswegen bin ich runtergelaufen. Warum spontan Zombie immer noch? Die Treppe ist dunkel. Gibt Fackeln, wir müssen ausleuchten. Ja, ich brauche, warte, ich mache gemotten Kostchen. Hier ist vor Ort das Fleisch. Das brauche ich nicht. Kannst du mir lieber Eisen geben und Gold, falls du euch das gefahren hast? Ja, ja, warte. Eisen, 17. Kupfer. Ja, hab ich auch überprüfen. Pfeile. Knochen. Wecker. Ich hab dir was hier hingeworfen, hast du gesehen? Nee, hast du nicht. Was, wo? Okay. Wo? Wo? Hallo? Wo denn? Du hast es nicht aufgesammelt, warte. Ja, wie soll ich es aufsammeln, wenn du es da unten hinschmeißt? Kannst du es vielleicht mir einfach geben und nicht da unten zu dir hin? Kara, wenn du da bist, sammelnst du es natürlich wieder ein. Mehr. Ja, ich bin dabei. Mach doch auf einmal mehr einfach. Hä, was sind das für hässliche Fackeln? Kannst du mal nehmen, bitte? Also, Digga. Und mir meine Sticks wiedergeben? Welches? Woher soll ich denn wissen, dass du mir Sticks gegeben hast? Ich hab die aus Versehen rausgeworfen. Man nimmt immer ein bisschen Holz mit, überall. Hab ich doch. Ich hab immer Holz dabei. Ja, dann hättest du einfach neue Sticks machen können, du Idiot. Ja, aber ich wollte eine Kiste machen. Weil die fressen jetzt doch einfach. Mit Sticks macht man aber keine Kiste. Ja, ich hab noch Holz. Kannst du Calcid und Amethyst-Block nehmen? Amethyst habe ich jetzt einen Stack, genau. Aber Calcid und Basalt kann ich nehmen. Einen Bruchtiefenschiefer auch. Wobei, nee, den hab ich doch nicht, nee. Aber du hast Diorit, oder? Äh, nee. Ah. Ich hab einen Bogen. Der ist sogar fast voll ist. Ja, heb den auf. Schatzi, kannst du was machen? Guck mal. Ja. Geil. Was kann ich machen? Kannst du mal, ich hab hier ja eine sehr unsichere Treppe gebaut. Ja. Kannst du mal da runter gehen und dich da drunter stellen, unter die Eisendinger da? Warte, die Eisendinger? Hier. Ich baue jetzt hier das Eisen ab. Ach so, ja, warte. Es fällt. Ja. Es fällt. Es fällt. Und? Oh, da ist noch voll viel. Es fällt. Da ist, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, hey, hier. Na, das seh ich nicht, das ist ein Block über die. Ja, da. Da, nicht da. Ja, genau. Ich bin dabei. Ah, hier ist auch Eisen. Warte, ich hab noch einen, den ich abholen muss. Ich hab noch einen Eisen. Okay. War das alles? Mhm. Okay. Hier ist eigentlich auch voll gut zum, also noch viel besser zum Theorit-Farmen als so. Ich glaub, Strip-Mining ist tatsächlich unnötig. Ich will's trotzdem machen. Nein. Ich will's trotzdem machen. Wer hat das gedacht? Niemand, weil Minecraft besteht aus Strip-Mining. Ja, anscheinend nicht mehr. Minecraft besteht aus Strippen. Äh. Stasi. Nee. Ja? Nee. Wo bist denn du jetzt? Ich hab immer gestrippt. Ich bin unten, da, wo du mich hingeschickt hast. Ah, ich bin bei dir. Gold! Ich brauch Gold. Gib mir. Gib's mir. Also, gib mir das Gold. Danke. Ja. Ey, du hast mir noch mehr Fackeln gegeben. Jetzt hab ich einen Stack. Hier, Diamanten! Nöööö. Nimm sie mit. Noch ein Diamant. Äööö. Noch ein Diamant. Äööö. Drei. Vier. Das ist fucking Gold. Geil. Vier... Ey. Vier Diamant. Wow. Was? Ein Redstone. Wir sind auf Höhe minus 50. Hast du Redstone? Äh, nee, ich mag Redstone. Ja, hab ich. Wo bist du? Hier ist ein Lavasee. Kleiner. Ich bin in einen anderen Gang langgelaufen. Hi. Hi. Du bist nur Lava. Da ist nicht die Redstone. Da schmeiß ich her. Achso, ich soll zu dir. Okay. Wenn du... Weil ich hab schon einen Stack und ich hab dann... Ja, ich ja auch. Stack hast du? Wie hast du? Hab ich dir grad gegeben. Halben Stack. Ja, ich hab einen Stack und jetzt einen halben. Super. Ich hab dich verloren. Ich werd oben durch meinen... Durch meinen Diamanten... Ich werd nochmal ne Diamantspitzsacko machen. Das lohnt sich viel mehr. Doch. Ich skippe Eisen komplett. Freue ich nicht. Nein. Nein, wir haben so viele Diamanten. Diamanten sind einfach häufiger als Eisen. Also... Ich mach mir auf jeden Fall Diamantspitzsacken. Da oben ist Eisen. Oh mein Gott. Ah, jetzt kämpfen die Skelette gegeneinander. Weil der eine den anderen abgeschossen hat. Jetzt hab ich hier wieder voll viel Redstone. Schatzi? Ja? Kannst du das Eisen da oben holen? Wo? Wo da oben? Hier, komm mal her zu mir. Hier. Siehst du mich? Also wirklich, du hast so einen Schaden. Beschreib, wo du bist, dann kann ich dich finden. Ich bin... Vor dir. Wenn's noch gefallen. Okay. Komm mal mit. Oh, bekommt man da nicht ne Disc, wenn die sich gegenseitig... töten? Nein. Ich dachte, bekommt man irgendwas Krasses. Oder kann irgendwas Krasses bekommen. Ja, siehst du das Eisen... ...da oben? Äh, ja. Willst du es holen, bitte? Nein! Ich geh doch nicht für diesen Eisenblock da hoch, Alter! Da kann doch mehr dahinter sein. Bist du geisteskrank? Für Eisen? Nein! Selbst für Diamanten würde ich zögern. Eieiei! Boah, sieht diese Höhle geil aus jetzt mit diesen ganzen Fackeln. Mit Shader. Oh, hier, hier ist... Hier... Oh mein Gott, das würde ich freuen. Komm her! Du musst wieder hier hochkommen, wo ich dich gerufen hab. Ich muss wieder hochkommen, wo ich dich gerufen hab. Wo ich dich hingerufen hab zum... Äh... Eisenfragen. Ob du das Eisen holst. Zum Eisenfragen, oh ja. Scheiße, ich hab vergessen, die Aufnahme zu salfen. Ist jetzt egal. Da hab ich zwei auf. Creeper! Ja, besieg ihn halt einfach. Ich muss... Ich würde sterben. Nee, du musst dir einfach nur zweimal schlagen. Das war's. Ich bin über dir. Über dir. Kommst du? Hallo, ja. Hi. Hi. Komm. Ich hau kurz den Creeper weg. Machst du mir tot? Danke. Ja. Bist mein Retter. Mein... Mein Retter in Brot. Mhm. Bruder. Was... Was... Oh ja. Oh ja. Da können wir uns einmal schön außenrum bauen. Ich will das Gold da haben. Das was? Das Gold da. Siehst du? Also früher war es so... Ja... Nee. Früher war es so... Vielleicht sollten wir erstmal ausleuchten, damit hier keine Monster kommen und uns in die Lava schubsen. Okay? Ja. Und nicht nur wegrennen. Äh, früher war es so... Nahe bei Lava waren... Es ist die Wahrscheinlichkeit auf Diamanten auch erhöht. Ich weiß, ob das immer noch so ist. Ich denke schon. Was ist eine englische Aussprache? I found... Nicht Gold, sondern Gold. Oh yeah. I found Gold. Baby. Du musst mich schon wieder in Popo retten. Nee. Mach doch Skelett weg. Digga, du wirst doch mal selber irgendwas schaffen. Mhm. Doch. Sammle hier das Lapis-Azuli ein, falls du ein Stack angefangen hast. Ähm. Nee. Wo bist du denn überhaupt? Hinter dir? Hast du kein Lapis-Azuli? Nein. Dann schmeiß ich... Schwarz... Nee, ich schmeiß zwei Knochen weg. Truffstein. Nachscheiß drauf. Danke. So, können wir da hinten bitte klar machen? Ja, Cleon. Ja. Da oben ist noch Gold. Das hätte ich gern. Ja, Enderman nicht angucken. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Aber ja. Da oben ist Gold. Wo auch immer du meinst. Das Lapis-Azuli. Über mir. Ach so. Jetzt weiß ich es natürlich, ne? Weil ich weiß auch immer, wo du bist. Ja, natürlich weißt du das. Du weißt immer, wo ich mich befinde. Ja. Ich bin deine Freundin. Ich bin dir wichtig. Ich höre einen Schleim. Glaube ich. Ey, ich hab so Angst vor Enderman. Eieiei, der ist hier ganz nah. Ich glaub, den besiege ich jetzt. Ja, da musst du dich... Warte, kleine Info. Ja, ja. Stell dich unter... Der kann nur... Der kann nur... Hexe! ... wo drei Blöcke hoch sind. Ich glaube, ich hab ne Hexe gekillt. Äh, der kann nur was? Du kannst ihn angucken, wenn du unter zwei Blöcken stehst. Also so, dass das nur zwei Blöcke hoch ist, weil der kommt da nicht ran. Ich hab ihn getroffen. Ich glaub, ich hab ihn angeguckt. Boah, der hält viel aus. Hab ihn gekillt. Alter, ist das laut. Ja, das ist Arschloch, ja. Enderperle. Ja. Cool. Unde fünf. Boah. Halbes Leben. Ist auch doof. Das war... N... Äh... Nicht gerade Unrisskampf. Warte, ich geb dir das Lapp. Das war so los. Hä? Du hast es... Achso, ja. Wieso hast du... Hab ich jetzt 30 Stück? Was? Ja, weil das Lapp ist es du doch aufgesammelt jetzt. Hier. Ja. Ich wollt doch gar nicht. Machst du jetzt aber. Wieso krieg ich alles? Wieso bin ich dein persönlicher Mülleimer? Bist du nicht. Du nimmst einfach auch Sachen mit und hilfst uns. Beiden. Da ist noch ein Enderman nicht angucken. Hier sind super viele Mops. Achtung. Ich seh gar nichts mit Shader. Ja, deswegen solltest du ihn ausmachen. Nee. Alter, hier geht's... Ah, nee, das ist gar kein Enderman. Das ist eine Spinne. Bull. Die Augen. Boah, geht's da weit rein. Ach du Kacke. Ja, da geht's auch nochmal tiefer runter. Unendlich. Ja, unendlich. Da geht's auch nochmal tiefer runter. Hilfe. Alter, was ist denn hier mit den Mobs? Wie viele hier? Zu viel. Alter. Der Nächste. Das Schöne ist, wenn ein Skelett eine Spinne trifft, kämpfen die gegeneinander. Hm. Mal sehen, wer stirbt. Das ist echt schön, ja. Aber ey, ich leuchte hier richtig gut aus. Das schießt auf mich. Das ist ein Wichser. Sagt man nicht, macht man. Ich hab's umgebracht. Ich hab's gesehen, wie das Skelett mit zwei FPS von meiner Sicht aus umgefallen ist. Richtig lahm so. Ich brauch wieder Fackeln. Ja, Ratscher. Und hier ist Redstone, falls du noch aufsammeln kannst. Wobei ich kann. Äh, ich habe keine Kohle, ne. Sonst könnte ich das ja auch machen. Ja, dann wird's langsam klappen, nämlich. Weil ich hab ein Kohle. Okay. Ja, dann müssen wir, äh, halt wieder hoch. Ich hab jetzt 20 Fackeln. Das heißt, das... Ja, leuchte mal hier noch so gut, das geht raus. Oder gib mir mal 10 Fackeln. Hast du Gold und Eisen? Wirf das mal her. Warte. Gold... Gold glaub ich schon. Hä? Mann, war ich auf Kuh. Gold hab ich ja. Eisen auch. Müsstest du auch haben. Hab ich dir schon gegeben. Ups. Okay. Immer auf Kuh. Was ist denn jetzt? Doch, ich hab Eisen. 12. Warte, ich bin zurück. Okay. Wir müssen aber eh bald wieder hoch. Mach mal da runter. Ups. Hm? Hier geht's noch voll tief runter. Ich seh doch nichts mit dem Shader. Also hier geht's noch voll tief runter. Es geht überall tief runter, diese Höhle sind ähnlich. Es kann sogar sein, dass wir irgendwann auf Badrock stehen. Ach, den gibt's noch. Ja, natürlich gibt's Badrock. Ja, Digga, wir sind im Minusbereich. Ja, es geht glaube ich runter bis minus... Geht's runter bis minus 60? Ja, noch viel weiter. Wir waren vorhin schon auf minus 50. Ja, es geht sehr weit runter. Geht locker auf minus 600 oder so. Nein. Doch. Doch. Wenn ich das sag, dann ist das Sau. Ich hör wieder ein Skelett. Ich hör ein Zombie und der Zombie steht vor mir. Wo bist denn du? Ah, da bist du. Deswegen hörst du den Zombie. Da kommt noch einer von hinten. Ist okay. Krieg ich gemanagt. Ohne Schwinden denn. Aber er kommt zu mir. Halt ihn auf. Du schaffst nicht mal einen Zombie zurückgehen, oder? Ich hab keine Axt mehr, weil die kaputt gegangen ist. Und ich kann auch keine neue machen, weil mit dem Metall voll ist. Ja, geil. Ich hab ein Eisenschwert theoretisch für dich. Willst du eine Spitzhacke? Eine Steinspitzhacke? Nein. Ich hab viele. Ich hab sehr viele deswegen. Ich hab keine Fackeln mehr. Wir müssen zurück. Ich hab noch fünf, aber wir laufen jetzt zurück. Soll ich dich nach Hause manövrieren oder kannst du das alleine? Das schaff ich selber. Ich bin gespannt. Ich guck auf dem Weg noch ein bisschen. Nee, das kann ich tatsächlich. Zurückfinden ist immer leichter als hinfinden. Für mich. Nee, für dich nicht. Ich baue aber mal jetzt einen Gang um die Lava, weil... Nein. Ich weiß nicht, ob sich... Warum? Wir können später mit Wasser um die Lava. Das ist nicht so schwer. Nee, aber dann sehen wir nicht... Dann wissen wir ja nicht mehr, wo die Lava war genau. Oder bildet sich nur überall Obsidian. Boah, Tiefenschiefer dauert ja ewig. Das ist ja eklig. Boah, wenn ich jetzt auf Q gehe, dann ist mir die Diamantspitzhacke weg. Oh, Diamant! Siehst du's? Und das meine ich. An Lava ist die Wahrscheinlich... Ich grabe mich ganz rum. An Lava ist die Wahrscheinlichkeit für Diamanten extrem erhöht. Das ist immer noch so. Zwei Diamanten. Drei. Vier. Vier Diamanten. Und so geht's. Nicht anders. Und das Geile ist, um die Lava brauchst du auch keine Fackel. Ich baue mich jetzt in einem Zweiergang rundum. Aber trotzdem muss ich bald los, weil der Inventarplatz leer wird. Äh, voll wird's. Das kommt weg. Das kommt weg. Innerperle kommt weg. Nein! Schwade. Wieso, doof? Ich hab dich hier oben gebraucht. Geil. Ich steh voller Lava, schmeiß weg. So, ich möchte jetzt wissen, wie viel Eisen denkst du habe ich? Hm. Schon ein Stack ist, ich sag 40. Nee, 50. Ich habe ein Stack und 21 Eisen. Gut. Sehr gut. Tu, und das noch mehr. Da sind Diamanten. Ich muss pissen gleich. Oh, hier ist voll viel. Aber hier ist Lava. Warte, ich muss die Lava erst wegmachen. Ach so, Wasser immer? Nein, aber ich muss die hier irgendwie wegmachen. Ich warte jetzt noch, bis ich einen Diamantader finde und dann gehe ich hoch. Ich bin so ein Trottel. Ja. Keiner hat dich gefragt. Ab welcher Höhe kommt Bruchtiefenschiefe? Ab 5 oder so, ne? Also ab 0 ungefähr. Ja, kann sein. Boah, die Diamantenspitzacke sieht so schön aus. Warum? Weil ich einfach die Lava, ich habe die Lava einfach zugebaut. Was ist daran, dass das kommt? Dass mich im Mob, also ich habe sie nicht komplett zugebaut. Ach so, du sneekst dich über den Rand an die Lava dort? Ja, das war so repankend. Ja, das ist immer, das ist immer. Ja, wenn dann Geld kommt, ja. Das musste aber sein, weil ich sonst das nicht zubauen konnte. Ich verzeihe dir, Kara. Ich habe auch nicht darum gebeten, dass du mir nicht verzeihst oder sowas. Scheißegal, ich wollte es dir immer noch erzählen. Warum solltest du auch? Warum solltest du mir überhaupt nicht verzeihen? Warum solltest du überhaupt deinen Mund aufmachen und es wagen zu reden? Warum sprichst du mit mir? Warum ist dir Lava Slazuli? Weiß ich nicht. Ich kann sie auch sammeln. Ich kann die Level nehmen. Und da ist Lava. Digga, ein Block unter mir ist schon Lava, Alter. Ich bewege mich auf ganz dünnem, auf ganz dünner Lava. Was ist das jetzt hier für ein Stein? Tuffstein, achso. So, das ist mein letzter, meine letzte Fackel. Warte, mein Schwarzstein war aus Nether, ne? Ja. Stimmt. So, ich bewege mich jetzt in Richtung nach Hause. Ja, ich komme gleich. Ich komme auch gleich, ja. Bis gleich. Ja, du findest eh nicht nach Hause. Ich darf gleich nochmal zurückrennen, um nichts zu finden. Wetten? Ich hab's schon im Kopf. Ich bezweifle es. Doch. Ich glaub dir das nicht. Ja, dann glaubst du mir halt nicht. Minus 14. Weil das ist jedes Mal so. Und dann sagst du wieder, ich find nicht nach Hause. Oh, warte mal, ich glaub, ich bin verlaufen. Ich find nicht nach Hause. Ich komme. Spaß. Ich bin noch nicht mehr auf meinem Weg. Aber ich seh noch Gold. Mitten in Action. Aber ich seh noch Gold. Schön. Wie viel Gold denkst du hab ich? Halben Stack. Ja. Nein, nicht mal. Doch. Bisschen mehr sogar jetzt. Okay. Ich hab mich ordentlich rangehalten, um zu farmen. Ich hab irgendwie erwartet, dass du sagst, ich hab mich ordentlich rasiert. Warum? Keine Ahnung. What the fuck? Eisen. Warte, ich komme, um es einzusammeln. Nein, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab mal angefangen, Stack. Wie gesagt, ich grab mich um den Lavasee. Oh Gott. Aber da ist jetzt hier ein Abgrund. Ja, da wollte ich vorhin rein. Am Ende vom Lavasee, den kannst du nicht mal sehen, müsste es über den Lavasee geschwommen sein. Hallo. Da, den kennst du, den Abgrund hier? Nein, aber da wollte ich rein. Das ist gefährlich. Pass doch bitte auf, Alter. Ja, gehst jetzt aber bitte da nicht rein, weil es ist bald, äh, wir haben beide kaum Platz mehr. Ich mach hier mal ein bisschen, äh, ne Sicherheitsschutzwand hier erstmal. Ach, guck mal. Wir können eine Abkürzung nehmen. Hä? Wie? Ich sehe halt da nichts wegen, ich hab keine Fakern halt. Ja. Das ist auch nichts mehr, Kohle oder so? Nein, gar nichts mehr. Okay. Warte noch, ich will noch einen Diamanten finden. Das geht, das geht schnell. Mhm. Only one more Block. Wir müssten dann komplett so eine Mauer da rumziehen, um das Ganze, um diesen ganzen Zweigänge-Ding, so im zwei Blöcke breiten Gang. Das machen wir irgendwann hier so. Ich bin schon gespannt, wann der erste Lava-Tot kommt. Der erste Lava-Was? Der erste Lava-Tot. Ich baue mal noch weiter um dich herum. Ja, stimmt. Ich meine jetzt, bei was ist das nochmal passiert? Im Nether? Im Nether, ne? Im Nether ist das passiert, ja. Ich baue mal noch weiter, weil das kann man hier mal ein bisschen so unendlich eigentlich machen. Du baust einfach zwei Gänge weiter. Hier geht's übrigens runter. Ach, du Kacke. Okay. Weißt du was, ich mach jetzt die riskante. Nein. Ich will darüber. Ach, bitte. Ach, komm. Ich will darüber. Wenn du das Sneaken nicht loslässt, dann kannst du es machen, aber ich kenn dich. Ja, mach ich auch. Was machst du auch? Loslassen. Ey, was blubbert da so? Lava. What the fuck? Was? Du bist gerade teleportiert worden. Du standest hier und der Boden hat vibriert. Was? Okay. Und dann warst du plötzlich weg. Ah, ja. Was blubbert da? Lava, Kara. Falls du noch nicht gesehen hast. Nein, das meine ich nicht. Es war auf Steinboden. Deswegen habe ich gefragt. Hä? Ja, deswegen. Du hast dich gerade teleportiert. Das war wegen, weil du dich bewegt hattest. Und was blubbert? Blubbern ist ein Sound, Kara. Nein, es war von deinen Effekten, wenn du läufst, sah das so aus. So komisch. Okay. Und dann hast du dich plötzlich teleportiert. Deswegen war ich total verwirrt. Ah, ja. Verstehe. So, komm. Wir nehmen vier Folgen auf, würde ich sagen. Welche warst du? 21,30 ungefähr. Schon wieder. Oh, das ist doch, okay. Jetzt haben wir dann zwei Folgen schon. Ja. Die müsste jetzt gleich zu Ende sein. Die zweite, glaube ich. Aber noch brauche ich dir aus. Hast du den Stein? Den Stein? Welchen Stein? Den da. Den, ähm, Bruch tiefen Stiefen. Bruch tiefen Stiefen. Achtung, Achtung, Achtung. Alter, ich hätte dich ganz fast geschlagen, dann wärst du runter. Alter, hör auf, vor mich zu laufen, wenn da ein Abgrund ist. Ja, aber gibst du mir bitte... Geh dahinter jetzt. Geh weg. Was soll ich dir geben? Willst du mir den tiefen Bruch stellen, bitte? Den brauche ich selber zum Bauen. Wobei, ich habe mehrere Stacks. Ich kann dir einen Stack geben. Hier, bitteschön. Mehr Platz habe ich nicht. Kannst du den Rest wieder nehmen? Ich brauche ich nicht. Ich habe eben Tafel. Einfach Abstand. Jetzt muss doch hier mal wieder ein Diamant kommen. Oh, ich glaube, ich sehe einen. Ja, ich sehe welche. An der anderen, an der anderen Wand, äh, da müssen wir uns irgendwie hinbauen. Ich sehe es halt kaum mit dem, äh, ohne, mit dem Shader. Du musst gleich mal herkommen, aber bitte trotzdem sehr gut aufpassen. Und dann gegenüber da mal gucken. Das sind drei Diamanten. Zumindest sieht man drei. Ich weiß nicht, ob man das sich irgendwie... ...hinbauen kann. Komm mal. An der anderen ist. Okay. Ja, ist schwierig. Siehst du? Hier. Da hinten. Mann. Bei mir leuchten die Ernten nicht vergessen. Nee, die leuchten auch nicht, aber da. Direkt vor dir. Ja, ganz matt sehe ich die ja. Äh, geht es hier tief runter? Schon, ne? Ja. Kann man sich da irgendwie hinbauen? Soll ich? Ich, ich sehe es halt kaum, weil es dunkel ist. Ich kann es nicht einschätzen, Kara. Du kannst mir sagen, wie es ist. Ansonsten kann ich da nichts sagen. Ja, ich bau mich hin. Ja, okay. Musst du einschätzen. Wir müssen gleich eine Pause machen, weil ich, wie gesagt, aufs Klo muss auf. Aber ich will noch den einen Diamant mahnen. Und wir müssen Thumbnails machen. Vor dem Lavasee. Und ich höre eine Spinne. Ja, bitte nicht bei mir. Wäre ganz freundlich. Hm. Weil sonst bin ich halt wirklich hier lieber. Ich glaube, es ist ein Spinspawner. Ich sehe halt gar nichts nach. Da macht die Helligkeit hoch. Ach so. Das muss ich mir erstmal wieder in Sicherheit bringen. Wenn du im Pause-Menü bist, ist das Game pausiert. Okay. Wobei im Online... Nein, das ist es nicht. Stimmt. Deswegen stelle ich mich jetzt hier hin. Du stellst dich bitte vor mich. Wo bist du denn? Ich bin hier oben hinter dir. Hier. Ja, hi. Ich behüte dich jetzt, oder? Optionen. Ja. Grafik-App-Stellung, ne? Ja, du hast das, glaube ich, schon auf ganz hell. Helligkeit und Schattenhelligkeit auf 100 halt. Bin ich blind? Nicht bei Grafik. Bin ich normal. Bei welcher Nummer? Ne, einfach bei den Optionen halt, Kara. Menü, Optionen. Das... Äh, doch, Grafik-Stellung. Menü, Optionen, Grafik-Stellung. Ja, da bin ich gerade drauf. Ja. Und dann stehen da... Schattenhelligkeit und Helligkeit. Ein bisschen scrollen, warte. Ne, eigentlich nicht. Was für scrollen? Grafik einstellen, da kann man nicht scrollen. Grafik-Modus schön, weiche Beleuchtung. Ne, kann man nicht, Kara. Grafik-Modus schnell hab ich. Ja, da drunter weiche Beleuchtung und dann kommt Schattenhelligkeit und dann kommt Hell. Nein. Hast du jetzt nicht... Hast du die, äh... Hast du keine Opti-Fi-Inversion, die gerade... Nein, hab ich nicht. Ja, sag das doch. Wir haben doch Opti-Fi installiert. Das heißt, du kannst nicht zoomen. Warum nicht? Warum hast du das weggemacht? Keine Ahnung. Hä? Ich bin dumm. Was hast du eigentlich gegen modifizierte Sachen? Warum willst du Minecraft möglichst scheiße spielen? Warum? Okay, warte. Hast du Angst, dass das Viren irgendwie macht oder so? Nein, ich geh kurz raus. Opti-Fi ist sicher. Ich wechsele kurz die Dinge. Ich geh kurz raus und wechsle raus. Was wechselst du? Auf, okay. Bin gleich wieder da. Geil. Boah. Ohne Kara. Nice. Spaß. Du bist so ein Arsch. Ich kann auch draußen bleiben. Ist voll okay. Du kannst auch draußen bleiben. Okay. Hier ist Wasser. Logisch, ja. Kies. Ui, ui, ui. Hier kann man direkt dann künstlich, äh, natürlich, auf natürliche Weise Obsidian eigentlich hier erzeugen. Weil das Wasser ist direkt an, an der Lava quasi. Ja. Das ist voll gut. Und mein Dierspitzack ist gleich kaputt. Ja, dann hast du auch Diers noch. Ja, ja. Ich mach das jetzt mal hier mit Wasser und so. Ha! Ich hab Obsidian gemacht. Wie geil. Cool. Er ist total stolz. Ich hab Obsidian gemacht. Hä, ist ja mir doch. Lass mein Kind. Freut mich. Dann können wir nächste Folge Zaubertisch machen. Ja, das hätten wir auch anders gekonnt. Aber ja. Wie, das hätten wir auch anders gekonnt. Wir haben schon Obsidian, falls du mir zugehört hast. Aber nein. Tust wir ja nicht. Was für, wir haben schon, was laberst du? Ich hab doch getradet letztes Mal im Nether. Da hab ich Obsidian gemacht. Du bist wieder doofe in der Konversation. Damit hier das nicht in die Lava fällt. Schwierig, schwierig. So. Jetzt hat Optionen... Oh mein Gott. Obsidian wieder verbrannt. Ah, weil das... Weil das so tief ist, die Lava. Ja, das muss man doch mit Wassereimer dann machen. Aber ich will jetzt Obsidian nehmen. Ich brauch das jetzt. Was sich nicht lohnt. Aber ja, mach. Doch, für den Zaubert... Zaubertisch lohnt sich nicht. Alles klar, Kaga. Ja, aber wir haben Obsidian, du Rumheuler. Ach so, genug. Wir haben drei Stück. Okay. Wir brauchen aber vier Stück, Kaga. Ja, dann kannst du ja eins abbauen, was du ja hast. Nee, hab ich nicht, weil es verbrennt. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, nee, nee. Das ist nicht. Ja, nee, die Welt hier, die... In der spielst du ja nicht, ne? Nee. Wir spielen ja gegeneinander. Ja, natürlich. Okay, ich nehme jetzt das Obsidian, scheiße Diamanten und dann gehen wir hoch. Ich hole die Dias immer noch. Stimmt, dann haben wir Dias. Und ich habe ein Obsidian. Yes. Obsidian. Ich fühle mich dämlich hier. Du fühlst dich dämlich hier. Und ich nicht mal sehe, was ich tue. Ich baue mich hier mal kurz ein. Weil ich jetzt pissen gehe. Leute, ich beende jetzt die Folge. Spätestens jetzt. Vielleicht ist es aber auch schon der Anfang von der dritten Folge in dieser Session. Ich glaube, ich bin hier relativ safe. Äh, ich mache es so einfach. Und ja, dann Cara macht in der Zeit weiter. Wobei, kannst du auch kurz ins Menü gehen? Nee, nee, kann ich gerade nicht. Warte kurz. Ich muss kurz... Ich kann mir kurz den Server verlassen, einfach schnell. Nee. Nee? Nee. Und warum bitte nicht? Kann ich da einbauen? Ich kann ja weitermachen. Ist das so schlimm? Ja, weil wir... Weil ich in der... Weil ich das alles, äh... Nachvollziehbar... Ich möchte alles drauf haben. Wir loggen uns hier kurz aus, okay? Wir reden in der Zeit. Also. Wir loggen uns hier kurz aus. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich.